Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Jono. Wir sind gefangen, oh meine Güte. Jo, ach du liebe Zeit. So, ich sehe hier hinten schon, hier gibt es ein paar Erdnüßchen. Kommen wir eigentlich da oben an den... Äh, bewegt er sich? Hallo? Ne, kommen wir nicht ran, ne? Ne, schade. Okay, was können wir denn jetzt mit den Erdnüssen machen? Da sehe ich da... Ja, alles klar, das kriegen wir hin. So, siehste? Wir brechen aus. Okay, alles klar, jetzt sind wir wirklich Verbrecher. Ah, hier geht es aber nicht weiter. Jetzt sind wir wirklich... Können wir hier aufholen? Queenie hat sich ja nun... Queenie hat sich ja nun wirklich da... Oh nein, nein, oh nein, du auch noch. Oh, warte, 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 dich kriegen wir da raus. Warte, so. So, siehste. Und, geht's dir gut? Arrg, die Königin greift immer härter in Freehaven durch. Beim kleinsten Anzeichen einer Verbindung zum Schmuggel oder der Anarchie werden, ich ahne, die Menschen in die Verliese verschleppt. Auch der leiseste Rauch an Kritik gegenüber dem Levi der Tarnen kann dazu führen. Er scheint, als könnte selbst die Hochsee der Willkür der Königin nicht erkommen. Hm, ja, ist mit dir alles okay? Okay, herzlich willkommen. Ja, okay. Nee, ich hab zwei. Das reicht nicht. Nee, schon gut. Ja, alles okay. Alles okay. Aber da oben kommen wir auch... Wieso kommen wir da oben nicht dran? Nee, bringt gar nichts. Schade. Bringt leider gar nichts. So, können wir den einen noch verwenden, oder? Äh, stopp. Genau hier anhalten. Warum? Bitte, ich muss ja raus und mit der Königin sprechen. Niemand hier spricht mit der Königin. Schon gar nicht die Gefangenen. Zurück in deine Zelle, Elefant. Ohne, ich muss, ähm, Gewalt anbinden. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ruhe. Ich habe Anweisungen, dich vom Einkommen abzuhalten. Elefant, hin oder her? Hey! Ja, okay. Sieht so aus, als hätte ich noch keine andere Wahl, ne? Äh. Kann mir das mal bitte jemand erklären? Irgendjemand da? Hm. Äh. Können wir den da runterholen? Nö. Na gut. Dann bleibt er eben da oben. Hui! So, alles klar. Zack. Na, siehste. Edgy, Batch, wir kommen ja doch raus. Nö, 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 nö. Okay, aber vorher, gibt es hier irgendwas Interessantes? Ja, naja, ein bisschen Kohle, immerhin. So. Oh nein, der Elefant flieht. Ja, ich weiß, bekämpfe ich ihn. Es heißt, er ist so etwas wie ein Gott. Wir müssen ihn bekämpfen. Wir können ihn nicht entkommen lassen. Niemand muss gegen mich kämpfen. Ich möchte nur mit der Hureti, sieh, 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 äh, Dingsda sprechen, um dies hier alles zu klären. Äh. Sei still. Jeder Widerstand, ähm, wird mit Extremarbeit begegnet. Oh. Okay, wenn du meinst. Okay, es sieht nicht so aus, als hätte mir eine Wahl. Tschö. Wie ist das? Flöt, flöt, flöt. Guck mal, wie lustig. Das mit den Sternchen finde ich putzig. So. Wir nehmen uns mal kurz den Schlüssel. Entschuldigung, Leute. Das tut mir wirklich leid. Dir auch, Entschuldigung. War nicht so gemeint. Zack. So, dafür klaue ich hier eure Kohle. Tü. Na ja, das bisschen Kohle. So. Okay, was haben wir hier? Wir kommen von der anderen Seite heran. Okay. So, jetzt können wir hier natürlich... Geht keinen anderen Weg, ne? Nee, natürlich nicht. Hm. Okay. Zack. So. Oh. Das ist jetzt an Candy. Du hast deine Lebensmarken gefunden. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Oh, und die fette Kohle und Buchstaben und überhaupt. So. Ähm, okay. Lass mal gucken. Nach da oben geht's wahrscheinlich... Oh, nee, hier muss ich jetzt mal... Entschuldigung. Gehört nicht zur Geschichte, aber... Hm, hm. Wer könnte da wieder stehen? Lebensmarken... Ach, na ja, toll. Okay, komm. Nur der Vollständigkeit halber sage ich's auch mal. Ja, 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 ja. So, was machen wir denn hier? Ähm, folgendes. Zack. Dies kommt dorthin. Ja, ja, ja. Und dies kommt dorthin. Tolla. Tada. Töre. Oh, das war ein Problem. Eben wollte ich nur sagen, hey, super, guck mal, wie toll ich das... Wie toll ich mit ihnen umgehen kann. Und dann sowas. So. Na, immer noch Kerker. Kuckuck. Bist du böse? Stopp, genau hier. Komm auf keinen Fall näher, du allmächtige Elefant. Bitte leg eure Waffen nieder und lass mich passieren. Ich verspreche, dass ihr keinen Schaden erhalten werdet. Lange lebe die Kürchen. Okay. Komm, komm erst mal ein bisschen näher. Da hinten lauern bestimmt noch andere. Ja, zack. So, der hat aber ganz schön viel Kohle. Warte, ich pupse ihm ins Gesicht. Moment. Nee, geht jetzt nicht mehr. Okay, na gut. Tut mir leid. Oh, Mann. Okay, so. Ach du liebe Zeit. Was haben wir denn hier? Ein Pferdchen? Aha. Und wir können das Pferdchen offenbar nicht verschieben. Okay. So, gibt es hier noch irgendwas anderes? Hm. Vier Türme. Tja. Hast du einen Schlüssel dabei? Können wir dich da reinschieben? Warte mal. So. Nee, wird nix. Pups. Oh, ach so. Ach so. Okay. Und hier haben wir den Schlüssel. Okay, den schieben wir erstmal beiseite. So. Das ist ja mal clever hier. Fühle ich auch cool. So. Okay, und jetzt da hinten gibt es noch was zum Aufladen. Zockeldi, 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 zock. Hm. Können wir die mitnehmen? Ich bezweifle es. Oh. Okay. Wir müssen noch wieder zurück. Dafür brauchten wir die also. So. Ähm. Dum dum. Kriege ich das hin? Na klar kriege ich das hin. Was denkst du? Pff. So. Jetzt kommen wir hier durch. Äh. Das sieht verdächtig nach einer Falle aus. Okay. Da oben kommen wir auch nicht weiter. Wieso ist das hier? Hm. Okay. Öh. Das geht alles gar nicht. Äh. Wie ist das gedacht? Wie soll das denn funktionieren hier? Muss ich hier irgendwas machen? Nö. Da kann ich was machen. Aber wie komme ich denn da ran? Ich kann doch die... Ich probiere es nochmal. Kann ich die Dinger mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? So. Ne. Da sind die Atmosse weg. Ja. Wie hat er sich das jetzt vorgestellt? Hier. Hm. Okay. Hier geht auch nix. Okay. Da geht's weiter. Das bringt gar nix. Feuer, ja, schon klar. Aber was mache ich mit dem Feuer? Und wie komme ich da ran? Wie komme ich da? Ja, was mache ich denn hier? Ich kann da nix bewegen, oder? Muss ich den denn noch ein zweites Mal treffen? Hier. Einer. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube es nicht. Das kann unmöglich funktionieren. Das kann unmöglich funktionieren. Ne, siehst du? Jetzt sind die hier nämlich wieder... ...oben. Okay. Wie machen wir denn das jetzt? Hier liegt so was wie eine Leiter, aber damit machen kann ich auch nix. Geht's da hinten weiter? Nö. So, muss ich irgendeinen bestimmten hiervon treffen? Nein. Ja, ich weiß schon, aber wie komme ich da oben hin? Ich kann die Erdnüsse nicht mitnehmen. Hm. Dich kann ich nicht bewegen. Der ist weg. Der Typ ist weg. Kann ich hier mit dem Kreuz, mit dem Andreas Kreuz was anfangen? Nö. Hm, Feuer. Okay, und wenn ich jetzt hier die lösche, geht das? Wenn ich die beschieße, funktioniert das? Das bringt überhaupt nix. Nein. Okay. Das kann ja nur so funktionieren, oder? Ja. Geht da... Kann ich da irgendwas mit dem... Nö, mit dem ich auch zwar... Oh, das war doof. Okay, nochmal einatmen. Und jetzt sind die Dinger weg. Ja, jetzt komme ich zwar hier rein, aber... Ich habe meine gesamte Munition ver... Ach, ich bin doof. So. Na also. Oh. Meine Güte. Güte. Okay. Hier können wir was explodieren lassen. Und ich probiere es mal. Ne, das war sicher falsch. Uh. Okay. Na. Komm schon. Okay. So, ich versuche die mal... Oh, was haben wir denn hier? Ja. So. Okay. Warte mal. Wo muss ich mich denn jetzt aufhalten? Vermutlich hier oben, ne? Ne. Hier oben? Aber was würde das bringen? Nein. Alter. So. Das war zu knapp. Nochmal. 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 So. Und jetzt? Jetzt komme ich da rüber. Jetzt kann ich das... Okay. Das ist gut. Glaube ich. Jetzt komme ich hier runter. Denke ich. Ein Luftballon. Oh. Ach so. Ja, so ging das. Wieso? Nun komme ich an diese Dinger da ran. Aufladen. Und... Ich hoffe, ich erhöhe das ein. Hier so, ne? Jupp. Okay. Ah. Interessant. Okay. Das ist schon mal gut. Wann komme ich hier dran? Ui. Na toll. Das war so klar. Okay. Aber jetzt habe ich ihn. So. Und der kommt da oben in die... Äh. Lalalalalala. Der kommt da oben in die Ecke. Ja, ja. Ähm. Den schmeißen wir erstmal da hin. Ja. Spitze. Oh. Okay. Hat den schon? Ne. Das war ja blöd. Das war ja mal doof. Da brauchen wir doch gar nicht hin. Äh. Wo kommt der denn nochmal hin? Ach, da oben kommt der hin. Ja, ja, ja. Schon klar. Also schnell weg. Und raus hier. Yes. Ha. Oh. Ich will nicht. Na gut. Ich will schon. Ich sollte mir was anderes anziehen. Das hier ist ja jetzt die Klamotte für alles schön, alles tralala. Aber wir brauchen die Klamotte für... Kuckuck. Ja, schon gut. Ups. Ja. Und die Kohle nehmen wir auch mit. Das hier ist ja mehr die Klamotte für. Ist alles cool, ist alles lässig und so. Okay, da geht's hoch. Hier geht's nicht hoch. Das Ding ist... Das bekomme ich so nicht weg. Okay. Was ist denn, wenn ich hier dran bin? Dann bekomme ich den schon mal runter. Das machen wir schon mal. Da. Ne. Halt. Halt. Warte. So. Okay. Alles klar. Das hat funktioniert. So. Du bist freundlicherweise... Oh, liegst du gut? Das ist aber eine super Nackenstütze, du. Na, na, na. So, jetzt müssen wir irgendwie an die Dinger dran kommen. Das geht nicht. Okay. Was hat sich stattdessen getan? Ne, hat sich nichts getan, ne? Aber... Funktioniert das? Das funktioniert. Pass mal auf. Wir schieben das jetzt mal da rüber. Und dann da rein. Oh, Entschuldigung. Ist jetzt ein bisschen kühl. Unten rum. Oben rum, ne? Guck mal, er dreht sich so langsam. Rutscht vom Heiß runter. Ich meine, ich würde sagen... Na nun. Das wollte ich sagen. So. Freeze. Ja. Hey. So. Mal gucken. Was wird uns jetzt hier angetan? Jetzt können wir uns hier beladen. Aber die Frage ist... Ach so. Wir müssen ja hin. Ja, noch raus. Ja, ja, ja. Alles klar. So, pass auf. Wusch. So, einer reicht, ne? Cool. Ui. Und? Haben wir irgendwelche Gegner zu erwarten? Okay, wir müssen hier alle drei da drauf kriegen. Alles klar. Kommen wir an die Dinger da oben ran? Sieht nicht so aus, ne? Sieht nicht so aus. So. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Ich würde den gerne... Wo schieben wir ihn denn hin? Oh, nee. Warte, ganz an die Wand ist keine gute Idee. Weil von der Wand bekomme ich ihn nicht mehr weg, oder? Geht's hier noch weiter? Da geht's noch weiter. Aber da komme ich nur nicht ran. Komme ich da nicht ran? Doch, warte mal. Wenn ich den... Sekunde. Lass mich das mal eben ausprobieren. Na, jetzt. Alter. Los. Ach, nee. Da komme ich nicht dran. Ich muss da oben rumlaufen. Okay. Also. Wenn ich den... Wenn ich den... Wenn ich den Block hierhin stelle. Dann komme ich... Mit dem ersten hier da drauf. Ich würde da immer was ausprobieren. Nur um zu gucken, ob es funktioniert. Ich schiebe den an die Wand. Und jetzt nach hier hinten rüber. So. Nur um zu gucken, ob das funktioniert. Kann ich den jetzt, wenn ich auf die Treppe draufsteige, wieder da runter holen? Ja, das funktioniert. Alles klar. Dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Ich schiebe den wieder zurück. Und dann kommt erstmal der Mittlere da raus. Ist das richtig so? Könnte das passen? Ja, könnte passen. So. Okay. Das wird jetzt ein bisschen eine größere Aktion. Denn... Tadadada. So. Jetzt pass auf. Der kommt jetzt... Warte mal, stimmt das? Ich denke, wir können ihn hier hinschieben. Und dann kriege ich ihn wieder zurück. Ja, das funktioniert. Okay, hör auf. Äh, äh, so. Wieso kommen wir eigentlich da schon weiter? Man weiß es nicht. So, noch einen. Okay, und jetzt hier hin. So, und jetzt kann der hier nämlich... Da hin rutschen. Gut, der ist schon mal so richtig. Den hier. Da brauchen wir gar nicht alle drei Eisbücher. Tö, das geht auch so. Pass auf. Zack, so. Und jetzt schiebe ich den... ...mein Glock nämlich dorthin. So, zack. Juhu. Da können wir was kaputt machen. Hier können wir eine Menge kaputt machen. Aber vor allen Dingen... ...möchte ich gerne hier dran. Wow. Hier nämlich. Menge Buchstaben. Okay. Wir können jetzt da drüben raus. Da müssen wir raus. Aber ich würde gerne erstmal hier gucken. Das war ja toll. Das war ja ganz großartig. Halt, warte mal. Was ist da? Hallo. Wer bist du denn? Hier komme ich mir nicht rein, ne? Ah, ja gut. Hi. Ähm. Hallo. Kannst du uns helfen? Hallo. Nee, wohl nicht. Na gut. Okay. Wisst ihr was? Wir gehen mal nach oben raus. Zack. So, so, so. Hier mit der Streckbank. Ist ja voll fies, ey. Aber keine Kohle. Ich will neue Outfits. Oh nein, dich hat man hier auch eingestellt. Man hat mich fälschlicherweise beschuldigt, sage ich dir. Ungerecht beschuldigt. Sie behaupten nur hunderte Fässer voller verbotener und geschmuckelter Waren gefunden zu haben. Aber das ist alles erfunden. Ich weiß nichts von solchen Fässern. Ich weiß nicht mal, würde ich ja mal ein Fass erkennen, wenn ich eins... Wenn eins für mich sind, dann... Ah, wir holen dich hier raus. Halt nur ein bisschen durch. Ich weiß noch nicht wie, aber wir holen dich hier raus. Hey. Oh. Ohi. Ups. So. Weiß er Bescheid. Okay. So, wie funktioniert denn das hier jetzt? Da geht's noch weiter. Ist aber auch für Wochen hier, meine Güte. Hier haben wir noch ein Gedingser. Okay, das ist super. Aber das ist doch bestimmt für irgendwas in diesem Raum gedacht, oder? Oder ist das tatsächlich für hier gedacht? Tatsächlich, das geht. Ist ja der Räum. Okay, jetzt geht das runter. Mal gucken, ob wir hier lang. Ne, das will ich noch nicht. Das ist schön, aber das will ich noch nicht. Ich möchte erst noch den Rest von hinten lösen. Ähm. Obwohl, gibt's hier überhaupt was zu... Was war das denn jetzt? Okay. Was war das denn jetzt? Hä? Bin ich der Einzige, der das gesehen hat? Das geht gar nicht. Verdammt. Jetzt sind wir oben durchgekommen. Okay. Jetzt können wir hier entlang. Okay, so. Damit können wir diese beiden Feuer hier entziehen. Ich gehe mal vorsichtshalber da hin. Na, ich sollte vielleicht doch besser hier sein. Nein! Warum? Ne. Ach so, das geht ja mal nur einzeln, ne? Ja, okay. So. Jetzt hat sich das geöffnet. Aber ist das gut? Warum könnte das gut sein? Weiß ich nicht. Okay. So, kommen wir da rum. Aber das ist doch hier nur ein Rundrumweg, oder? Ach nee, einer wird wahrscheinlich... Ah, okay. Ja, ja, ja. Damit diese Türme da weggehen. So. Aber welcher ist das? Nein. Nee. Meno! Hilfe! Lass mich raus! Ich bin ein Star! Jetzt habe ich wieder keine Menge. Nee. Warum ist denn das wohl gedacht? Dass wir so herumgehen? Haben wir fälschlicherweise den richtigen Weg gefunden? Ohne. So. Ist das jetzt richtig hier? Nee, ist nicht richtig. Okay. Jetzt würde ich schon gerne nochmal da oben landen. Jetzt geht das nicht mehr, ne? Cool. Ja, fantastisch. Okay. Gut, gehen wir rück... rück links rein. So. So. Okay. So. Zack, zack, zack. Kurz aufladen. Nee, falsch. Da. Auch nicht. Hier. Da. Ja, okay. So. Und dann wieder entladen. Ist das jetzt richtig? Ja, jetzt ist es richtig. Jetzt kommen wir hier weiter. Meine Güte, ist aber verworrend, oh. So. Hallo. Na. Er spricht erstmal gar nicht mit uns. Moment, da kommen noch mehr. Oh, verdammt. Oh, nein, nein, nein. Einer geht. So. 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 Noch einer wieder, aber da steht noch einer. Hallo. Hey. Ka-ching. Komm. Ich bin artig. Meine Mama hat mich wohl erzogen. Na ja, gut. Heute mal nicht. So. Kriegen wir. Indem wir irgendwie übers Gesicht laufen. Steckt hier jemand drin? Nein. Okay, so. Oh, da bist du ja. Hi. Bist du gut? Ich arbeite bereits seit einigen Jahrhunderten als Folterknecht der königlichen Familie Nightingale. Knochengeschäfte können natürlich keinen Schmerz empfinden, aber das ganze Konzept ist fasziniert mich so sehr. Ich studiere die exquisite Kunst der Folter, entwickle sie und versuche sie zu leben, auf das mir eines Tages vielleicht das Privileg widerfährt, sie selbst zu erleben. Das ist eine tolle Geschichte. So. Okay, hier brauchen wir offensichtlich einen Schlüssel. Ah, gut. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Okay, so Feuer und Wasser. Interessant. So. Ich glaube, ich würde lieber hier mit starten. So, dann ist das schon mal aus. Da können wir uns schon mal nicht mehr dran verbrennen. So, und jetzt bist du dran. Ja. Reicht das? Ja, natürlich. Reicht. Zack. Hör uns. Ernsthaft? Ich glaube, das finde ich keine so gute Idee. Oh, das war knapp. So, jetzt ist der heiß. Den machen wir erstmal nochmal kalt. Das war doof. Aber okay. Quetsch. So, die Frage ist natürlich, wo soll denn der hin? Hier? Vermutlich, ne? Ich schiebe mal dazwischen. Mal gucken, was passiert. Das kriegt bestimmt keiner mit, wenn das hier in die Luft fliegt. Das will mehr kein Mensch, dass wir hier umtun und den ganzen Laden in die Luft jagen. Tch. So, bereit? Oh, nee. So. Ach. Okay. Nur, dass wir uns hier nicht dran verbrennen. Okay. Ach, du liebe Zirk. Ja, hey. Und ein Lebenspunkt. Okay. So, Leute. Folgendes. Auch wenn ich es total spannend finde, im Kerker rumzulaufen. Du auch, ne? Ja, wir brauchen ein neues Outfit. Irgendwas, was zu unserem, naja, derzeit im Zustand passt. Okay. Wir verzetteln uns hier ganz beschrecklich. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal wieder weiter. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nächstes Mal. Unterbrechen wir aus. So. Und dann stellen wir die Queenie zur Rede. So. Macht es gut. Tschüss.